Na gut, gab's in letzter Zeit auch. Ähm, gab's ne Stelle, die sehr aufwendig war. Waaaaaah! Hilfe! Oh, ich hasse die... Alter, ich hasse diese Reisen einfach. Alter, es ist... Oh. Diese Reisen durch den Tunnel einfach. Alter, da muss ich erst mal was trinken. Ah. Ja, warm. Ja, sieht gut aus. Boah! Alter, was war das denn gerade? So. Ja, ich hab gerade mal die Wiederholung geguckt. Das fand ich so geil. Und, ja. Hm. Ja, hier. Vierer. Vierer ist immer gut. Nein, das wollte ich auch nicht. So. War so ein Dreier. Ähm. Ähm. Da muss ich hier ein bisschen aufpassen. Jetzt ist schon wieder echt schwierig. Jetzt bin ich wieder in der Bedulie. Sag ich ja. Juwelierabzeichen. Die Abzeichen hab ich euch ge... Sag. Achso. Achso. Gut. Schließen. Wie lange nehme ich auch schon? Sieben Minuten. Oh, was geht da noch? Ähm. Machen wir Hauptmenü. Dann machen wir mal Blitzschlag. Zum Freischalten musst du 100.000 Punkte im Blitzschlagmodus erreichen. Das machen wir doch gleich. Wenn ich was getrunken hab. Prost. Ah. Das war einfach nur zur Motivation. Erstmal Finger knacken lassen. So wird gespielt. Bilde Kombinationen mit Zeitsteinen, um Zusatzzeit zu erhalten. Die Zusatzzeit gilt für die nächste Runde. Dann steigen die Punktwerte. Wäre das ein Spiel im Bett, dann wird bei mir was angesteigen. Höhöhöhöhöhöhöh. Ähm. Kombiniere schnell für einen Tempobonus. Und steigere ihn bis hin zu rasantes Tempo. Tempotaschentücher kriegt man denn, ne? Weil wegen... Ähm. Ja. Wegen steigende Punkte und so. Ich will nicht weiter drauf eingehen. Das ist ekelhaft. So. Ähm. Los geht's. Ähm. So. 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 Nein. So. 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 Wo ist ein Zeitbonus? Ähm. Kenn ich doch. Ach ja, aber ihr nicht. Na gut, hab ich ja vorgelesen. Wegen Zeitbonus und so. Ähm. Dam, 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 dam. Ich find die Mucke einfach so geil. Icon-Tipp. So, jetzt hab ich schon mal fünf Sekunden. Fünf Sekunden gut. Ich mein gut. Bejeweled Blitz ist ein bisschen anders. Ähm. Aber. Weil da hat man die, ähm, Zeitsteine nicht. Alter, ich. Das Feld ist so scheiße. Oder. Oder ich spiel zugelitten. Ja. 100.000 Punkte soll ich schaffen, oder? 10.000? Ich weiß nicht. Fantastisch. Später. Klär. Ist meist so. Ja. Ich will doch mal gucken, wie man, wie, wie, was man da, 100.000 Punkte, ja. Dann machen wir das nochmal. So. Fängt ja schon ganz gut an. Das Zeit ist sehr gut. Es gibt ja auch diese Sounds. Ich halt mal die Fresse. Damit ihr die Sounds auch hört. Also die Sounds sind es halt. Das ist LIL. Das ist LIL. Ich kann es gar nicht nachmachen. Ähm. Wie das klingt. Ich. Da muss man auch extrem schnell werden. Damit man ein Turbo kriegt. Und da muss man echt schnell werden. Und das ist auch sehr, sehr schwierig. Das zu kriegen. Und, ähm. Da muss man sich echt beeilen. Auf jeden Fall. Da muss man schon zeigen, was man drauf hat. Von der Schnelligkeit her. Da kann das Handy vibrieren, wie will. Ich. Ich. Ich bin gar kein Zocken. Ich kann das jetzt nicht. Yeah. Boah. Gut. Super. Alter. Was? No. Ist das dein Ernst? So viel, wie ich gehabt habe gerade. Nur 50. Achso. Aber den Rekord habe ich trotzdem. Warum ist es eine Hochspannung? Genau. Ist eigentlich unwahrscheinlich, dass man, ähm, ja, was ich gerade gemacht habe, ist eigentlich unwahrscheinlich, dass man keine, ähm, keine Zeitsteine kriegt. Also, äh, wie viel ich da abgeräumt habe, Alter. Dass da keine Zeitsteine weibaren, das, äh, ja, das war schon krank. Ganz ehrlich. Eisturm. Das will ich nicht spielen, aber ich muss es irgendwann. Oh mein Gott. So. Hauptmenü. Haben wir alles jetzt. Ja, was machen wir denn mal? Ich mache jetzt mal Falter. Weil ich falte so gerne. Ah, ah, ah. Wegen Brieffalten oder Papierfalten, Origami-Falten, weißt du? Alter. Oh. So. Muss gerade mal wieder über den Pop, über den Popschutz gucken. Ähm. Kombiniere Faltersteine mit gleichfarbigen Steinen, um sie zu befreien. Lass die Falter nicht zu, nicht zu, bis zur Spinne kommen. Ja. So, aber jetzt mache ich es richtig. Da oben ist eine Spinne. Ich setze die Face-Kammer bis dahin. Gehen wir mal einen Latschen aus. So. Los. Geht's los. Los. Du blöde Spinne. Äh. Ach man, das geht doch. Das geht nicht. Das ist doch blöd. Das ist doch scheiße. Dann muss ich das Spiel so lösen. Na gut, wäre auch Cheaten, wenn man die Spinne mit einem Latschen so killen könnte einfach. Das wäre ein Latschen-Cheat. Einfach. Und die Musik, die feiere ich auch extremst. Die finde ich so geil. Oh oh. Oh 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 oh. Oh, habe ich Schwein. Oh, habe ich Schwein. Alter. Alter, das Schwein, das ist gerade neben mir Wie ich Schwein habe gerade, alter Alter Aber nachdem werde ich auch mal eine Aufnahmepause machen, auf jeden Fall Alter Dreier-Kombo. Super. Zweier-Kombo. Oder eine Doppel-Kombo. Sagt man ja auch so gerne. Boah, ich finde die Mochi, die finde ich einfach so geil. Die feiere ich ohne Ende. Ähm. Schwierig. Mach das mal. Ist der weg? Oh, das ist ein Zweier-Kombo. Super. Ähm. Ah, schwierig. Oh, 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 oh. Komm mal runter da. So. Oh. Neuling. Hauptmenü. Gut, hier mache ich mal eine Aufnahmepause. Und hier geht es dann das nächste Mal weiter. Wenn es wieder heißt... Let's play! Bejeweled Tree. Bis dann, Leute. Tschüss. Können auch einen Daumen nach oben geben. Oder... ein Abo geben. Oder... Daumen nach... Ja. Daumen nach oben, hätte ich schon gesagt. Abo, Kommentare könnt ihr aufschreiben. Auf jeden Fall. Ja. Bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüss.